Guck mal, der Kompressor will pumpen, aber er geht nicht hoch. Das hat doch gerade funktioniert. Ich habe mehrere Wackelkontakte im Auto. Der Format funktioniert nicht, ESP funktioniert manchmal nicht. Oh Leute, die Gurke kommt auf den Hof. Die Gurke mit der Gurke. Eine sogenannte Doppelgurke. Ich will heute ein kleines Video machen von dir. Von mir? Ne, von der allgemeinen, von der Gesamtsituation. Wie viel wir sein hier? Ach, was ist denn das für eine Scheiße? Ja, du, deswegen sage ich ja. Das ist zu kurz. Okay, Kommando zurück. Wir müssen irgendwie versuchen, auf der Bühne abzunehmen. Ich kenne den Anhänger nicht. Und diese Rampe ist ja ganz schön kurz hier. Weil die Hinterachse auf dem Boden liegt. Worum es sich heute in dem heutigen Video drehen soll. Müssen wir mal gucken, ob wir die Kiste wieder auf der Bühne runtergenommen bekommen. Genau zu sein auf der hier. Jo, langsam. Ja. Du bist perfekt in der Mitte. Du bist ein krasser Typ bist du. Jo, ich denke, wir schmeißen die Kiste jetzt an und verdienen es noch Fremdzeit drauf. Sehr langsam natürlich, ne? Rückwärts, ne? Rückwärts, ist klar. Okay, das kann man so ein bisschen weiter. Warte. Aber wir sind jetzt mittig, ne? Wir müssen jetzt kasseln. Und dann drückwärts, leicht rückwärts fahren. Eine Ratenbrehung. 50 Kilometer. Jawohl, weiter, 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 weiter. Langsam, komm, stopp. Stopp. Nochmal ein kleines Stück. Stopp. Okay, dann kommen wir voran. Und dann gucken wir, dass wir die Groover meistbekommen. Langsam, langsam, langsam. Mach, mach, Alter. Das war ein richtiger Mach-A-Bus. Daran weiß man, der Junge hat schon ein, zwei Autos holt im Trailer. Die tiefer liegen bei dem Väter und Kappertwacht. Aber die ist neu, ne? Die schwarze? Ne, wenn sie schwarz gefahren. Echt? Ja, die war so. Und du bist doch auch immer über was rübergefahren bei der alten, oder nicht? Guck mal, das ist da drüben. Sicher, dass du sie nicht hier hochfahren? Ja, sehr sicher. Okay. Zack. Komm, langsam. Jawohl. So, meine Freunde. Mein Bruder hat sich vor kurzem diese E-Klasse gekauft. Ein E320 Diesel. 2007er Baujahr, also Facelift. Richtig schönes Auto. Ich bin auf jeden Fall gewiss neidisch. Knapp 3000 Euro gekostet das Auto. Vor fünf Monaten für den frischen TÜV 3.500 Euro in Rechnung reingegangen. Du guckst, du guckst ja erstmal, ne? Und die günstigsten von dem Modell mit dem Motor als Facelift fangen an bei 4 im Netz. Also, schon mal herzlichen Glückwunsch zu dem Deal. Ja, wie lange hattest du das Auto angemeldet? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Zwei Wochen hat das Auto angemeldet. Und ich weiß bis heute nicht, wie das passiert ist. Aber er ist rückwärts gefahren, ohne nach hinten zu gucken. Und hat hier hinten einen kleinen Bubs gemacht. Hier Stoßstange zerkratzt. Die Stoßstange hing runter. Das Rücklicht war kaputt. Das hat er jetzt schon gefixt. Problem war, seit diesem Aufprall ist die Hinterachse auch im Arsch. Liegt das Auto hinten auf dem Boden. Jetzt ist es so, wusste ich gar nicht. Das habe ich neu herausgefunden. 211er E-Klasse T-Modell, also Kombi, hat immer serienmäßig auf der Hinterachse, nur auf der Hinterachse, Luftfahrwerk. Also gibt es auch als Sonderausstattung mit komplett Luftfahrwerk. Aber Kombi, E-Klasse, immer serienmäßig. Ist natürlich teuer, wenn es kaputt geht. Klassische E-Klasse, S-Klasse Luftfahrwerk. Kein normales Stahlfahrwerk. Jetzt ist die Frage, warum ist das irgendwie bei dem Unfall? Warum ist bei dem Unfall jetzt die Hinterachse kaputt gegangen? Das versuchen wir hier herauszufinden. Also mein Bruder hat mich gefragt, ob wir kurz auf der Bühne gucken können. Und dann denke ich, wenn ich hier schon die Scheiße machen muss, produziere ich wenigstens noch ein schönes Video dazu. Weil das ist so dieser klassische Alltagswahnsinn, der hier eben in der Halle passiert. Kurz mal das Auto verkehrt herum von dem Anhänger nehmen. Jawohl. Ja, genau. Stopp. Wollen wir mal was ein? Ja, das muss rein. Guck mal, der Kompressor will pumpen, aber er geht nicht hoch. Mach mal. So. Jetzt haben wir hier unsere Korrektrieböcke drunter, dass das Auto eingefedert ist, dass er auch pumpen will. Und jetzt probiere ich mal, ob ich da unten... Irgendwie was hören kann, ob hier die Luft fischt, ne? Guck. Bist du beim Unfall gegen das Rad gekommen? Nein. Nur hinten gegen die Karosse, ja? Ja, nur gegen die Karosse. Plastik auf Plastik. Ich würde sagen, das war zu viel für den Kollegen. Hier auf der Seite, wo der Unfall war, ist hier das Fingerbein weggeknickt. Also, ich denke mal, hier ist so mit eins unsere Hauptprobleme. Der Luftfederbalk sitzt einfach nicht da, wo er soll. Guck mal. Dieser Pinöpsel müsste eigentlich da drinnen sitzen. Ihr könnt ja schön die Aufnahme vom Teller sehen. Ne, das müsste man eigentlich nicht sehen können. Und da müsste er eigentlich drinnen sitzen. Und hier hätte er ja den Unfall, den Schlag drauf bekommen. Vielleicht ist dann dieser Luftfederbalk aus seiner Haltung rausgerutscht. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen der Sache mal weiterhin auf den Grund. Reicht ja, wenn du auf unten so ein Stück drückst, weißt du? Wir probieren es mal gemeinsam. Ziehen wir ein Stück? Jawohl. Oh. Guck mal. So, pass auf. Also, der Luftbalk sitzt schon wieder in der richtigen Pose und der hat Druck auf den Kessel. Dann lassen wir das mal runter. Und wenn du Glück hast im Leben, dann war es das schon. Sie können theoretisch schon mit der Körner rausgefahren. Warte mal, Alter, warte mal, ey. So, also ich habe es euch gerade gezeigt. Das Federbein hing da nicht richtig oben in der Karosse drin. Wir konnten den jetzt relativ einfach rüberdrücken und er ist jetzt wieder da richtig drin. Vielleicht fährt er jetzt schon wieder hoch. Mach noch mit, bitte an. Ich würde sagen, er ist dann hochbekommen. Er hebt sich an. Oh. Okay, dann machen wir kurz aus. Wir stellen die Kisse auf den Boden. Er hebt sich an. Ich habe es denn nur ganz leicht dabei. Ich habe es nicht gesehen. Jetzt schmeißen wir mal mit dem Motor. Er hat sich doch gerade noch bewegt. Mach mal aus, Alter. Mach bitte mal den Motor an. Das hat doch gerade funktioniert. Keule. Muss man schon wieder nicht verstehen, ne? Der Kompressor hat einen Wackelkontakt. Der Kompressor hat einen Wackelkontakt. Der Kompressor pumpt nicht immer Luft. Okay, jetzt setze ich mal rein und schmeiße mal den Motor an. Ich hoffe, neben dem schönen Dieselmotor können Sie was mitbekommen. Wenn ich jetzt hier mit meiner Hand reingehe und am Kabel wackele. Ich passe das Kabel an. Jetzt pumpt der Kompressor hier gerade. Das hier würde ich schon sagen, ist Fahrhöhe. Er kam mir jetzt hinten doch noch gerade ein bisschen hoch. Vielleicht einfach nur ein bisschen länger gebraucht. Die Räder sind abgeknackt. Ab geht's, Kursakt. Nee, ich glaube, pro. Julian, stopp mal bitte. Der Kompressor pumpt nicht noch. Sagt er schon Stopp zu tief? Nein. Dann lenkt mal rüber bitte. Andere Richtung. Der Kompressor läuft nicht. Ich komme gegen das Kabel, er läuft wieder. Du bist gerade hier hoch und runter gefahren. Man hat schon wieder gesehen, wie er runtergekommen ist. Das habe ich gerade wieder mit der Hand gegen das Kabel gemacht. Jetzt pumpt er wieder, hört man auch von hier. Und jetzt wäre er sich wieder hoch. Der Moody diagnostiziert ein Wackelkontakt am Hermetic Kompressor. Habt ihr ja gerade mitbekommen, ne? Habt ihr gerade gesehen. Jetzt natürlich komisch, hat jetzt natürlich nichts direkt mit dem Unfall zu tun. Der Wackelkontakt kommt ja nicht vom Unfall hinten. Ich habe mehrere Wackelkontakte im Auto. Tempomat funktioniert nicht. ESP funktioniert manchmal nicht. Und ESP und Tempomat immer zusammen nicht. Das teuerste, was du dir kaufen kannst, ist ein günstiger Mercedes. Ein günstiger Mercedes ist immer teuer. 3 Liter Diesel, OM642, geiler Motor. Okay, Probefahrt erfolgreich bestanden. Dein Luftfahrwerk ist wieder teilweise repariert. Wenn du von der Arbeit kommst und da unten liegst, musst du nur kurz in die Rattorschale reinfingern. Rein handeln. Das ist doch Hammer. Ohne Scheiß, hätte ich nicht gedacht, dass wir das heute Abend so spontan hinkriegen. Und dann einfach mach detiv. Weil wir fahren, es kommt keine rote Fehlermeldung. Es fährt sich nicht schwammig, es fährt sich alles in Ordnung. Als würde es alles so funktionieren. Wir steigen jetzt gleich nochmal aus, gucken von außen. Mann, der Diesel hat aber Druck hier. Drehmoment. Ich freue mich ja schon. Weil wenn ich mal irgendwo durch die Gegend fahren muss und einen Satz Felgen hole, rufe ich meinen Bruder an und sage, gib mal die E-Klasse. Vielleicht als auch ein Porsche. Der Verrohrte waren keine 85 Liter Sprint. Ja, das stimmt. Gucken wir mal, ob er nach oben ist hinten. Sonst würde er das uns sagen. Einerseits ist er auch ein bisschen tiefer. Ja. Gewackelt. Der Kompressor ist jetzt gerade wieder angesprungen. Jetzt kommt er auch wieder höher. Nur manchmal will der Kompressor nicht so immer. Entweder da jetzt nochmal so eine Leitung gucken. Jetzt nochmal genauer, ob man irgendwas sieht, ne, optisch. Ob wenn man irgendwo wackelt, ob er dann genau kommt. Oder einfach für 100 Euro einen neuen Kompressor kaufen. Kann aber auch die Zuleitung sein. Also wir müssen nochmal jetzt genau gucken. Aber grundsätzlich hat man die Kiste jetzt erstmal repariert. Was für ein schönes Panorama, oder? Sommer 2023. Mein Bruder hat sich eine neue, abgebete E-Klasse gekauft. Und wir haben das Luftfahrwerk auf der Hinterachse kostengünstig für 0 Euro repariert. Ist ja der Oberhammer. Für einen Backenlassen, oder? Okay, ich habe jetzt, äh, wechselt. Nein, nein, film, 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 film. Hast du nicht verstanden, was ich meine? Einen Backenlassen? Ne, weiß nicht, was ich meine. Geh mal weg. Geh mal weg. Einen Backenlassen, mal auf die Tube drücken, Julian. Hast du gesehen? Der raucht aber gar nicht. Geile Sonne. Ich dachte, so ein Diener nicht raus. Leute, falls dir dieses Video gefallen hat, like das gerne. Abonniert den Kanal kostenlos. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr mehr von dieser E-Klasse sehen wollt. Der Tick hat den ganzen Innenraum auseinandergerissen, weil er Android-Umbau machen will. Wir haben auf jeden Fall meinem Bruder heute die Video gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute.